Ja, endlich haben wir wieder einen Nahversorger in der Stadt. Das ist ja für mich ganz entscheidend. Denn die Nahversorger gehen alle in den Außenbereich, an den Rand der Stadt. Und dass wir wieder einen Nahversorger hier drin haben, das ist verblüffend gut. Natürlich, auf den zweiten Blick ist es dann schön, dass wir die Kunst in Ladenburg haben, mittendrin. Und dass wir wieder eine Keimzelle der Kunst in Ladenburg haben. Und es war eine tolle Idee von vielleicht Mr. Quick nach Ladenburg zu holen, um dies alles zu präsentieren. Und ich habe gehört und erlebt jetzt auch, wie viele Menschen hierher kommen. Und da sieht man, die Ladenburger sind auch ein Stück kunstverrückt und kunstaffin und kommen hierher und lassen sich begeistern und kaufen Streuwurst und alles andere, was es hier zu kaufen gibt. Also ich finde es eine großartige Idee. Passt einfach auch zu Ladenburg. Und ich freue mich sehr, dass Mr. Quick in Ladenburg eingezogen ist. Mr. Quick geht aber am 1. März wieder. Was machen Sie denn dann in Ladenburg? Dann gibt es ja vielleicht keinen Nahversorger mehr. Die sind nicht mehr, aber wir haben ja kreative Menschen, wie eben denn vielleicht. Und ich bin überzeugt, er hat wieder verrückte Ideen. Und es kommt wieder ein Nahversorger oder andere Kunst hierher an diese Stelle oder an andere Stelle in Ladenburg. Und da passiert ja auch zurzeit sehr vieles.